Hallo und herzlich willkommen hier in unserem neuen Standort für Volkswagen-Jahreswagen. Mein Name ist Lukas Böttger, ich bin vom Autohaus Rudolf in Oelsnitz im Herzgebirge und wir sind hier in Chemnitz für euch vor Ort. Wir haben hier exklusiv eine große Auswahl an Volkswagen-Jahreswagen mit Garantie bis zum fünften Fahrzeugjahr. Also kommt gern vorbei, schaut euch die Autos an und macht eine Probefahrt. Wir freuen uns auf euren Besuch.